Das Magazin Wirtschaftsfenster MV wird kofinanziert von der Europäischen Union. Ich begrüße Sie zum Wirtschaftsfenster MV. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Meck-Pom-Weid-Magazin berichten wir über Forschung im Arzneimittelbereich, wir werfen einen Blick in eine Rostocker Berufsschule und wir nehmen Sie jetzt mit in eine dem Tierschutz und dem Tourismus gewidmete Einrichtung. Am Rande der mecklenburgischen Seenplatte in der Gemeinde Stur befindet sich der Bärenwald Müritz. Ein Tierschutzprojekt der Stiftung Vier Pfoten, das im Jahr 2006 ins Leben gerufen wurde. Heute zählt das Bärenschutzzentrum zu einem der größten in Europa. 13 Bären werden hier auf einer Fläche von 18 Hektar Wald artgemäß versorgt. Petra Konermann kennt jeden Einzelnen von ihnen ganz genau und macht deutlich, worum es hier im Bärenwald vor allem geht. Das Besondere ist, dass hier Bären, die wirklich zum Teil sehr schlimme Schicksale erlitten haben, über Jahre, oft auch Jahrzehnte, ein Zuhause auf Lebenszeit haben. Dass sie hier artgemäß untergebracht sind, versorgt werden, gepflegt werden und die Bären werden hier nicht vorgeführt. Die Besucher haben Glück, wenn sie ganz viele Bären sehen, aber es ist auch in Ordnung, wenn mal kein Bär zu sehen ist. Der Bär selber entscheidet, was er möchte. Also ist er in dem großen Gehege zu sehen oder nicht. Und das ist schon das Besondere. Und das merken wir auch, dass das bei den Besuchern so gut ankommt, dass sie merken, ah, so kann also eine Haltung von Wildtieren auch aussehen. Angefangen mit einem Bär und knapp 1000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr, sieht es heute im Jahr 2024 deutlich anders aus. Im Schnitt besuchen rund 100.000 Gäste den Bärenwald und erfreuen sich an dem umfangreichen Angebot. Im Jahr 2017 wurde das Besucherzentrum samt Eingangs- und Kassenbereich neu errichtet, natürlich alles barrierefrei. Ein Bistro bietet den Gästen mit einer Auswahl an täglich frischen Speisen die Möglichkeit, sich auch ohne einen Spaziergang über das Gelände hier aufzuhalten. Zusätzlich dazu gibt es auch einen Shop im Bärenwald. Hier werden nicht nur Kalender und Fotos, Ansichtskarten, Bücher und Kuscheltiere aus der Eigenproduktion, sondern auch kulinarische Spezialitäten aus der Region angeboten. Durch die finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung konnten diese Angebote als saisonverlängerte Maßnahme umgesetzt werden. Also ohne die Förderung wäre das Besucherzentrum in dem Umfang und so schön, wie es jetzt hier steht, nicht möglich gewesen. Wir, also der Bärenwald finanziert sich ja aus Spenden und aus den Geldern, die wir von unseren Besuchern bekommen, wenn sie jetzt hier zum Beispiel was essen, was trinken, was einkaufen. Und in dem Maße wäre das nicht möglich gewesen, das zu finanzieren. Und deswegen ist so eine Förderung für uns natürlich toll. Wir haben ja auch ein großes Schild, wo jeder Besucher lesen kann, ja, das ist gefördert mit Mitteln der EU und das finde ich riesen dankbar dafür. Und das wollen wir auch gerne nach außen transportieren. Deswegen ist ja unser großes Schild auch so gut sichtbar bei uns im Besucherzentrum zu sehen. 90 Prozent der Investitionen wurden dabei gefördert. Die restlichen 10 Prozent kamen von der Tierschutzstiftung Vier Pfoten dazu. Das Tierschutzprojekt Bärenwald-Müritz natürlich, nachhaltig und nicht mehr wegzudenken. Auch unser nächster Beitrag hat im weitesten Sinne mit Bären zu tun. Es dreht sich um einen Wirkstoff, der einst aus Bärengalle gewonnen wurde. Mehr erzählen Ihnen unsere Kollegen aus Vorpommern. Die Firma Food & Pharma Services Anklam GmbH gründete 2019 das Bioökonomiezentrum bei Murchin. Aus einem ehemaligen Schlachthof entwickelte sich so ein neues Unternehmen, welches sich auf die Analyse von Lebensmitteln oder Trinkwasser und die Entwicklung neuer umweltwissenschaftlicher Methoden spezialisierte. Das initiale Projekt für die Gründung des Zentrums war die Erforschung eines neuen Verfahrens zur Extraktion von Gallensäure aus Schweinegalle und wurde im Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen. Ziel des Verfahrens war es, den pharmazeutischen Wirkstoff, kurz UDCA, für die Erzeugung von Arzneimitteln herzustellen. Der Wirkstoff ist nicht neu, doch die Gewinnung war bisher kaum möglich, was die Entwicklung des neuen Verfahrens notwendig machte. Der Wirkstoff Oso des Oxyscholsäure, in dem Wort Oso steckt eben der Bär. Das erzählt die Geschichte dieses Wirkstoffs. Denn früher hat man die Oso des Oxyscholsäure tatsächlich aus Bärengalle gewonnen. Wir haben uns, da große Mengen notwendig sind für die Erzeugung des Pharma-Wirkstoffes, nach einer Spezies umgesehen, die leicht zu bekommen ist, die in großen Mengen verfügbar ist. In den Hallen des Bioökonomiezentrums werden derzeit 1600 Container der Schweinegalle gelagert, da für den Erhalt von nur wenigen Gramm des elementaren Wirkstoffes ungefähr 1000 Liter Galle benötigt werden. Außerdem stehen dort die speziell entwickelten und patentierten Gallenentnahmemaschinen. Mit Hilfe dieser Maschinen werden alle drei Monate Proben entnommen, um die Qualität zu prüfen. Das Projekt kann neben dem Abschluss von Lieferverträgen mit großen Schlachthofketten wie Tönnies für den Bezug des ursprünglichen Abfallproduktes Galle auch noch weitere Erfolge vorweisen. Wir haben den Reststoff Schweinegalle, der bislang völlig ungenutzt weggespült wurde, in den Schlachthöfen nutzbar gemacht, dafür ein Verfahren zu entwickeln, diesen in hochreiner, immer gleicher Qualität einzusammeln und zu lagern. Dafür war es nötig, eine Gallenentnahmemaschine zu entwickeln. Und darüber hinaus haben wir eben in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis von Professor Uwe Bornscheuer an der Universität Greifswald die Synthesewege entwickelt. Nach der Entnahme im Bioökonomiezentrum erfolgt in Greifswald eine mehrstufige Synthetisierung und mikrobiologische Umwandlung der Galle. Das dadurch gewonnene Arzneimittel wird in der Medizin unter anderem zur Auflösung von Gallensteinen eingesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt diese Behandlungsmethode als erste Therapie bei Betroffenen. Daher ist ein gesichertes Bezugsverfahren von so großer Bedeutung. Das Besondere an diesem Projekt, nicht nur die Gesundheitsversorgung wird dadurch gefördert, sondern auch die Wirtschaft der Region. Das aus dem vielen akkumulierten Wissen, was wir gewonnen haben zu den Gallensäuren und ihren Synthesewegen, es einen Sog-Effekt gibt für die Ansiedlung von Firmen hier im Bioökonomiezentrum. Im Nachgang an dieses Projekt, durch dieses viele Wissen zu den Gallensäuren, sind die Firmen Andu Pharma aus Düsseldorf und Zenote Pharma aus Großbritannien hergekommen. Das heißt also, dass nicht nur Arbeitsplätze entstanden sind während des Projektes, sondern eben auch darüber hinaus. Die gesamten Kosten der Forschung belaufen sich auf ca. 3,5 Millionen Euro. Um bei der Finanzierung zu unterstützen und die Entwicklung möglich zu machen, stammen 80% der Gelder von Mitteln aus dem EFRE-Fonds. Dadurch konnte das Bioökonomiezentrum bereits einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten und es wird nicht der letzte bleiben. Mittlerweile finden 18 Firmen in den 13.000 Quadratmetern des Zentrums Platz und die Zahl steigt stetig. Die Forschung konnte so auf weitere innovative Projekte ausgeweitet werden. Es bleibt also spannend, darauf zu warten, welche neuen Erkenntnisse das Ökonomiezentrum auch in Zukunft noch entdecken wird. Unser letzter Beitrag in diesem Magazin nimmt Sie jetzt mit in die Hansestadt Rostock. Haushaltsgeräte für eine Berufsschule sind das Thema. Zwischen den Rostocker Stadtteilen Dirkow und Teutenwinkel befindet sich die berufliche Schule Dienstleistung und Gewerbe. Hier werden Fachkräfte im dualen Ausbildungssystem in den Berufsbereichen Ernährung und Hauswirtschaft, Gesundheit und Pflege sowie Wirtschaft und Verwaltung ausgebildet. Im Rahmen der Berufsvorbereitung werden zudem schulpflichtige Jugendliche in verschiedenen Berufsvorbereitungen wie berufsvorbereitendes Jahr oder Bildungsmaßnahmen beschult. Für die praxisnahe Ausbildung in den benannten Berufen und Bildungsmaßnahmen stehen verschiedene gut ausgestattete Lehrkabinette zur Verfügung. Wir haben fünf große Berufsschulen in Rostock, die ja auch Berufsschulzentren sind, die weit über unsere Stadtgrenzen hinaus in das Land Mecklenburg-Vorpommern hinausreichen. Diese Berufsschule bildet auch insbesondere im Gastronomie- und Haushaltsbereich Berufe aus. Das sind also sehr praktische Dinge, die dort an der Schule gelehrt werden, also weit weg von der nur Theorie einpauken. Und da ist es wichtig, dass man auch tatsächlich ein Umfeld suggeriert, wie in einer richtigen Großküche, wie im Hotel, wie in einem Restaurant. Denn Mecklenburg-Vorpommern ist Urlaubsland. Und wir brauchen fachkräftig, die genau diese Gastfreundschaft auch umsetzen können in verkaufbare Produkte. Darüber sind wir sehr froh. Auf der anderen Seite leisten gerade auch die beruflichen Schulen wichtige Beiträge zur Integration von Geflüchteten in unserem Land. Nämlich je schneller sie es schaffen, sich auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren, umso größer sind die Integrationschancen insgesamt. Um die praxisnahe Ausbildung auch real nach- und abzubilden, wurden die Lehrkabinette mit verschiedenen und neuen Haushaltsgeräten versehen. Im Einzelnen konnten hier sechs Induktionsherde, sechs Backröhren, ein Einbaukühlschrank, zwei Geschirrspüler, ein Wäschetrockner, zwei Heißluftfritteusen, eine Heißmangel und zehn Puppenköpfe angeschafft werden. Die Ausstattungskosten betrugen knapp 70.000 Euro und wurden mit einem Betrag von knapp 63.000 Euro durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt. Ja, die Europäische Union unterstützt uns auch so im Kleinen bei der Erledigung dieser Aufgaben und ermöglicht vielleicht hier und da auch etwas anzuschaffen, was werthaltiger ist, was länger hält, was letztlich dann den Zweck größer oder längerfristig erfüllt. Denn letztlich kommt es darauf an, tatsächlich auch heute schon an die Generationen von morgen zu denken. Und hier hilft uns die Europäische Union mit ihrer finanziellen Unterstützung in Größenordnung. Aktuell sind in der Berufsschule Dienstleistung und Gewerbe 992 Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende registriert. Vier Klassen sind mit geflüchteten Jugendlichen belegt. Diese lernen Deutsch und Fachpraxis. Neben Gastronomieberufe wie Koch- und Systemrestaurantfachleute befinden sich auch Friseurinnen und Bäckereifachverkäufer in der dualen Ausbildung. Darüber hinaus gibt es noch verschiedene Helferberufe wie Lagerfachhelfer. Und das waren sie, unsere drei Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV. Vielen Dank.